Was geht ab, was geht down, Leute? Grüßt euch! Ja, wir schauen mal, heute habe ich nicht so viele Sacred Charts, wie sonst zum zweifache Opening. Wir haben diesmal nur zwei, aber vielleicht haben wir dadurch ja einfach mal ein bisschen mehr Glück, weil das Game denkt, ach, komm, Ronde Mitleid mit dem Dude, der hat nur zwei Sacred Charts und wir machen die einfach mal auf und drücken die Daumen, Leute. Komm, gönnt auf jeden Fall legendärer, wäre geil, bitte nicht Queen Eva, sonst eskaliere ich komplett in den Game. Schauen wir mal, komm. Komm, 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 komm. Oh, legendärer! Oh ja, Rotorstel lost Chrome, holy shit. Der ist, glaube ich, geil, Leute. Den habe ich öfters in PvP gegen mich, mal gucken. Will decrease damage from enemy hits, so that incoming damage from any single hit will not exceed 50% of this champion's max HP. Also, der kann nicht gewonnen hitted werden, grants an extra turn if this reduction occurs. Doesn't work against bosses, okay. Decreases damage taken from bosses by 15%, wow, decreases damage taken from bosses by 30% if Siffy, the Lost Bride, is on the same team. Nice, nice, nice. Was haben wir hier? Attacks one enemy. Will ignore 60% of the targets. Death will also ignore unkillable and block damage buffs. Enemy killed by this skill cannot be revived as this champion has gained maximum amount of HP from the Vitality Plunder skill. Grants an extra turn if this skill kills an enemy, wow, insane. Attacks one enemy, das ist dieser Vitality Plunder, der hier drauf noch mit auswirkt. Attacks one enemy decreases the targets max HP by 20%, then adds that HP to this champion's own max HP, wow. Wow, wow, das ist krass. Cannot decrease a single champion's max HP by more than 60%. In one battle cannot increase this champion's max HP by more than 60.000. Also, er kann sein Leben, er zieht das Leben von den anderen ab und erhöht seins damit, das ist krass. Das noch decrease boss max HP, schade. Das wäre natürlich gut gegen den Skarp King oder so. This champion's max HP will be increased by 15.000, wenn this skill is used against bosses. Also, er kann sich gegen Bosse aber auch anscheinend ein bisschen, ein bisschen irgendwie was abziehen, aber nicht so viel. Muss ich mal gucken, wie er sich genau gegen Bosse auswägen. Das hat er noch auf einer 1. Terror Scorch. Attacks one enemy has a 75% chance of placing a 60% decreased debuff for two turns. Also, he has a 25% chance of granting an extra turn. Wow, der hat also viel mit extra turns und so weiter zu tun. Also, richtig cool, der Dude. Ich glaube, der ist sehr, sehr, sehr stark. Vor allen Dingen decrease defense, aber auch richtig gut für einen Clan-Boss anscheinend, der Skill. Muss ich mal gucken, ob der für einen Clan-Boss taugt. Auf jeden Fall schon mal ein geiler Pull. Also, jetzt, was egal, was der andere kommt, das war schon mal nice, Alter. Let's fucking go. Vielleicht noch ein legendärer. Come on, come on, gönn einfach heute, Raid. Gönn einfach, komm, komm, komm. Ah, ne EP, komm, komm, guten EP, bitte. Ah, Ripper, den kenne ich gar nicht. Was kann der denn? Creases Force Aliquid Raid. Takes one enemy, we ignore 50% of the target's death, decreases their max HP by 30% of the damage inflicted. Vielleicht für den Scarab King ein bisschen interessant. Takes one enemy two times, damage increases as the target's HP decreases. Takes one enemy, decreases their max HP by 10% of the damage inflicted. Ja, okay, der ist jetzt nicht so gut. Vielleicht beim Scarab, aber auch selbst da, glaube ich, nicht, dass er jetzt so OP ist. Ja, geil, aber egal, ich bin zufrieden, Alter, mega geil. Rotos gezogen, Alter, das hat sich doch jetzt endlich mal gelohnt, Alter. Let's fucking go. Hype is real, man. Erstmal Rotos jetzt hochleveln. Was ich noch gucken wollte, wie viele Bücher der braucht, weil ich habe nämlich momentan, genau, null legendäre Bücher, weil ich mir gerade hier so ziemlich alle Bücher reingehauen habe, was natürlich jetzt wieder typisch ist, aber naja, da muss ich halt warten, bis ich Bücher für ihn habe. Ähm, wie viele Bücher braucht er? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Und 1, 2, 3, 4 da. Okay. Im Passiv braucht er keine. Okay, im Optimalfall 9 Bücher rechnen wir nochmal mit 13 Bücher. Da brauchen wir auf jeden Fall wieder ein paar Bücher, man. Aber, boah, geil, Leute. Der sieht auch echt ganz cool aus, man. Freut mich, dass ich jetzt endlich mal was Cooles gezogen habe. Ähm, den werde ich jetzt auf jeden Fall leveln und ich glaube, der wird sich gut in meinem PvP-Team schon mal auf jeden Fall machen. Ja, Leute, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, haut gerne auf den Like-Button, lasst einen Like da und wir sehen uns beim nächsten Video. Denkt dran, Leute, einfach besser bleiben. Peace.